Bum 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 Ja hallo und willkommen zurück zu Team Kirby Clash Deluxe mit einem neuen Passwort für diesen Monat, weil das letztes Jahr ausgelaufen ist. Und wir haben ein, ja, ein themenbesetztes Passwort würde ich mal sagen, deswegen hat sich auch Kirby hier zurecht gemacht. Gucken wir auch gleich mal. So, jetzt will ich wieder nach unten gehen, damit man auch sieht, was ich hier mache. Und zwar handelt es sich diesmal um das Passwort, wer es mal laden möchte hier. Um Halloween, da haben wir hier alles groß geschrieben, man kennt es ja. Und dann schreiben wir es einfach mal hin. Halloween. So, mit zwei A, zwei L und zwei E. So, alles klar. Und es gibt dann auch wieder fünf Äpfel und ein seltenes Fragment. Na, schön gerade machen hier. So, alles klar. Und auch nicht vergessen, hier ist es auch wieder so, dass das Passwort nach einem Monat verschwindet. Und zwar am 4. November ist das letzte. Also ist das Datum, ich stehe es ja auch oben im Titel. Ich schreibe es irgendwann extra dazu. Also solltet ihr es bis dahin auch eingelöst haben. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Ganze wieder gefallen. Ich bedanke mich schon wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Team Kirby gleich Deluxe Passwörter sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschau, tschau.